Diesmal sind besonders viele gekommen, denn die Stühle im großen Raum der neuen Begegnungsstätte der Volkssolidarität sind fast bis auf den letzten Platz besetzt. Die Geburtstagsfeier des Monats bringt wieder viele der Barleber zusammen, die in den vergangenen vier Wochen 70 Jahre oder älter geworden sind. Ortsbürgermeister Horst Blume gehört diesmal auch dazu und er bekommt ein Extra-Ständchen. Das will ich heute dir schenken, denn du sollst an mich denken, wenn ich gern von dir bin. Heimlich klingt in mir diese Weise und ich singe ganz leise diese Frau Melodie. Rosen will ich heute dir schenken, denn du sollst an mich denken, wenn ich gern von dir bin. Und dann noch von jeder Sängerin eine Rose. Während drinnen sich die Kinder der großen Gruppe der Barleber Schlümpfe für ihren Auftritt aufstellen, werden in der Küche die 54 Portionen leckerer Kuchen vorbereitet, auf den sich schon alle Gäste freuen. Doch vorher singen die Großen zum letzten Mal als Kindergartenkinder, denn ab dem 6. September gehen sie alle in die Schule. Die Tage waren immer rund und heiter, die Erzieher waren für uns immer da. Doch nun geht's ein bisschen anders weiter, denn die Schule, sie ist ja so nah. Denn die Schule, sie ist ja so nah. Der Geburtstag des Monats ist für die meisten eine willkommene Gelegenheit, Bekannte zu treffen, sich über die anderen Aktivitäten der Volkssolidarität zu informieren. Und vielleicht wartet der eine oder andere nicht bis zum nächsten Jahr, um wiederzukommen.